Es tut sich Spielraum auf bei den Bundesratswahlen, weil auch der Bundeskanzler ersetzt werden muss. Doch Walter Turnherr ist ein ganz schlauer. Ein Kommentar Mit dem Rücktritt von Bundeskanzler Walter Turnherr per Ende Jahr haben die wenigsten gerechnet. Der unbekannte Achte auf dem offiziellen Bundesratsfoto wurde mit einem Schlag zum Faktor für die Gesamternäuerungswahl des Bundesrats. Weil SP-Mann Alain Berset ebenfalls zurücktritt, ist die Spannung eh schon da. Nun geht die Kalkuliererei von vorne los, denn die Mitte verliert einen halben Bundesrat in der Zauberformelrechung. Interessanterweise interessiert sich von den anderen Parteien aber kaum jemand für den Posten. Außer der SVP, die, interessanterweise, ja einschlägige Erfahrung mit halben Bundesräten hat. Die Rechnung geht nicht auf. Die Mitte hält sich verständlicherweise zurück, denn sie will primär ihren einen Bundesratssitz, am Herd, ins Trockene bringen. Die Grünen wollen sich nach allfälligem Wahlerfolg oder zumindest Wahlkonstanz nicht mit halben Sachen abspeisen lassen. Die FDP erhebt wohl keinen Anspruch auf das Kanzleramt, weil dann ihr Wackelkandidat Ignacio Cassis erst recht abgewählt wird. Und so weiter, nur, in der Zauberformel kommt der Bundeskanzler gar nicht vor. Die Parteien können aus ihr weder Ansprüche ableiten noch den anderen Ansprüche absprechen. Es könnte gerade so gut ein parteiloser Bundeskanzler werden oder eine Parteilose. Um es mit Ueli Maurer zu sagen, auch ein S, und um es nicht mit Ueli Maurer zu sagen, gleiches gilt für Bundesräte.